Hallihallo mein lieben Homies, willkommen zu einer weiten Runde von Fortnite. So, ihr kennt unser Ziel, wir müssen mindestens unter den letzten 10 kommen und mindestens 1 Kill erreichen. So, erstmal unser Ritual hier. Ja, alles klar, schonmal anstecken, hier Bruder, hast du den noch? Ja, irgendwas mit den hier, alles gut bei dir? Ja man, wir haben's drauf. Lass die Runde beginnen. Ach, da können wir auch noch. Wir sind ja richtig drauf, ok. Komm, übertreib nicht da, lass mal starten, jo. Gut, gut. Er will uns hier nerven, mein Limon. So ein Gesicht kann nur eine Mutter lieben. Also sein Gesicht haben wir schon mal gespeichert von ihm hier. Den packen wir. Wie kann man sich so einen hässlichen Anzug kaufen? Hä? Guck mal, was der für ein scheiß Outfit hat. Richtig kacke. Ne, guck mal den sein Outfit an. Die kacke, das aussieht von denen hier. Den Eierkopf, der hier am springen ist. Und dann guck mal, was wir für ein geiles Outfit haben. Wir sind einfach nur Killer. Ja, wir sehen einfach professionell mega geil aus. Ist einfach so. Ja, schön. Spaß muss sein. Ne, ich hab mal einen Spruch, wenn der Mensch lacht, wird sich das Herz. Auf geht die Postmanimumis. Wohin gehen wir? So, passt auf. Ich hab letztes Mal gesehen, dass ich eine Raketenbasis mit meinen Homies gespielt habe. Da springen wir jetzt auch hin. Okay, 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 okay. Gut, wir müssen raus und auf geht die Post. Wohin. der berg ist das ist noch viel weiter da ich glaube so ne so sieht gut aus meine mummies sollen die anderen doch schon vor uns landet ist doch egal da sind nämlich zwei nein schaffen die nicht schaffen die nicht schaffen die nicht oder damit oder wird dann weiter der geht da drauf der weiter weiß ich jetzt nicht meine mummies konnte jetzt nicht einschätzen der auf einmal weg die horn auf jeden fall ab ist auf jeden fall eine kleine hütte verträgt drin in der raketenbasis ein bisschen metall oder er gesagt stahl schon mal verbannt immer natürlich nicht wirklich nicht kommen runter sehr alter ich fall direkt komplett bis nach unten auf dem boden verband ich würde so gut wenn wenn man es beim rennen oder beim laufen benutzen auf jeden fall nice ich weiß man kann nicht alles haben aber ja schon recht ganz praktisch ok können wir diese ganze rakete eigentlich weg hatten stimmt hat man nicht ich war ja bis jetzt nur einmal schöne kiste ok jetzt mal auf wird schon mit radios hier ach wir sind ja super drin das ist ja schon mal schön das ist ja schon mal schön ne ok dann machen wir lieber so das ist aber mein glück dann glaube ich da wieder alles weg und mein glück glaube ich da wieder die ganze kiste und so weit weg oder schon wirklich schnell ach man kommt von hier auch irgendwoher ok jetzt wieder im bett können wir uns ein bisschen hinlegen und auswohner sehr schön nice zählt das eigentlich auch als pistole wenn ich jemanden damit kill diese kleine handfeuerwaffe hier diese automatische pistole wenn ich da bis dahin ich weiß wenn beim live steht auf jeden fall darüber quatschen wenn ich wieder live streame also nach und nach ein bisschen reinkommen mir macht das spaß warum wäre ich zock warum soll ich das nicht mit euch teilen 100 prozent volle doofheit online richtig geil mann 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 ich war ja noch nie richtig drin wieder eine kiste wo ist sie denn wo ist sie mein limonis wo ist sie wie gesagt ich kenne mich hier noch nicht ganz aus ich kenne mich hier voll nicht aus ich war da in der kiste ich war da in der kiste ey da ist er so was machen wir gärtling an der sonne gärtling an den brauchen heute nicht darum ist sie gut die brauchen wir nicht nachladen wenn man jetzt drin nächsten trank hier machen wir taktische maschinenpistole da steht der tüte zwei mit einer pistole eigentlich müsst ihr als pistole zählen oder wir machen das so kann man die tränke nicht kaputt machen dass sie keiner nehmen kann ich meine wir gönnt den anderen nicht jeder gegen jeden so erst mal gucken wo wir rauskommen ich würde sagen jetzt einer gebaut aber vielleicht war da wo die kiste war hier so eine sniper ne ja auch schon geile machen wir ein bisschen meine mumis muss sagen so munition haben wir genug ne wenn ich durften da nicht runtergestürzt dann hätten wir auf jeden fall komplett voller energie aber egal passiert halt wir sind auf jeden fall unter den letzten 22 so ich meine für so einen großen radius sind auf jeden fall noch weil es eher gesagt nur noch wenig immer bleiben wir oder geben wir warten jetzt erstmal ab wo der radius hinführt vielleicht müssen wir eh loslaufen ich schau mal vielleicht bleibt die raketen basis wer weiß das schon ok ein bisschen müssen wir loslaufen das ist ja für uns kein problem wie sagen gehen wir jetzt erstmal hier runter ich hasse das ich hasse das ja gut ne wieder energie weg ey aber mit dem baum an die mumis habe ich das voll nicht drauf ich habe hier einfach zu blöd für vor allem jetzt erstmal mit einer pistole killen wir müssen das jetzt noch nicht machen klar können wir erstmal so darauf gehen aber so kann ich hinterher wechseln gerade wenn er gerade im eifer des gefechts gleich da komme ich eh nicht damit klar die waffe zu wechseln naja wir probieren es einfach aus auf jeden fall sind wir hier schon mal drin sind und so den letzten 18 haben aber leider noch kein kill ich hatte vorhin eine folge aufgenommen aber da hat die scherfunktion mich leider im stich gelassen aber wieder nur ein gestopter ein geschnittene einfach nur kacke manchmal verstehe ich da nicht deswegen ich brauche unbedingt ein programm wo so eine scheiße nicht passiert ich weiß nicht ob daran liegt ob das mit internet war zu tun hat oder so ich habe eine 50.000 leitung klar ab und zu bricht die verbindung ab hat jeder mal fehler ist auf jeden fall mal drin nur ich weiß ja nicht wenn man jetzt ein aufnahmeprogramm hat ob dann online bedingt dass ich denke nicht da dürfte auf jeden fall nicht passieren auf jeden fall ärgerlich ich hatte eine ska habe einen weg gemetzelt aber danach wurden wir erschossen auf jeden fall habe ich keine ahnung wo wir hingehen wenn die mumis ich renne hier voll offen rum sturm zieht auf jeden fall auf so was wir machen wir gammeln einfach mal hier wir gammeln jetzt einfach mal in der ecke so so haben wir eigentlich alles im sichtbereich oder ja dann dauert hat eine minute kaum eine minute chillen bei ihm das geht ja eigentlich auch naja ok da probieren ist muss das sage ich jetzt nicht naja sieht das video einer und dann denkt der bojo das kann man machen wahrscheinlich haben wir schon viele gemacht aber das sehen wir erst im nächsten video wenn ich bis dahin selber dran denke und das nicht vergessen habe oder ist einer meine mumis das ist genau ja mal meine mumis haben wir also auf jeden fall verdient den brauchen wir es recht name nimm 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 komm gib gas wahrscheinlich werden wir jetzt eher abgeknallt aber egal wir haben ein kill meine die mumis oh hier ist ein jump pad sehr schön da kommt einer da kommt einer meine mumis schade energie zwar abgezogen man hat man eine stadt gern wird auf jeden fall gut laufen egal auf jeden fall mein lieben homie bedanke mich fürs zuschauen und sage bis zur nächsten runde fort night auf wiedersehen